Musik Nahe der russischen Grenze. Eine dunkel gekleidete Gestalt mischt sich unter die Leute und filmt das rege Treiben. Musik Unser Mann wird jetzt von der mittleren Kamera erfasst. Das sieht ja aus wie ein Flohmarkt für Terroristen. Chinesische Skat-Raketen, Panther AS-565 Kampfhubschrauber, chinesische Lange Marschraketen. In den Kisten dürften amerikanische Schnellfeuergewehre sein, chilenische Minen, deutscher Sprengstoff. Der Freizeitspaß für die ganze Familie. Identifikation? Weißer Turm und weißer Springer. Zeigen Sie uns die Bauern. Er hat es also geschafft, Admiral. Fangen wir mit dem Kerl in der Mitte an. Laden Sie das Identifikationsprogramm. Datenvergleich läuft. Wir haben unseren ersten Treffer. Satoshi Isagura. Chemie-Experte. Gesucht wegen des Anschlags auf die U-Bahn in Tokio. Arbeitet im Augenblick für die Aufständischen in Zaire. Henry Gupta. US-Bürger. Gilt als Erfinder des Hightech-Terrorismus. Fiel als radikaler Student in den 60ern in Berkeley auf. Jetzt verkauft er seine Überzeugungen für Geld. Zoomen Sie mal auf dieses Gerät. Sieht aus wie ein amerikanischer Chiffriercomputer. Damit kontrollieren Sie Ihren Navigationssatelliten. Sie verfügen über ein GPS-System. Worüber wird die CIA wohl wütender sein? Dass die ihn verloren oder wir ihn gefunden haben? Entschuldigen Sie bitte. Admiral. Admiral. Danke, Em. Wir haben genug gesehen. Das ist jetzt eine militärische Operation. Haben Sie die Gatling entdeckt? Sind Ihre Truppen auf so eine Bedrohung vorbereitet? Nächste Woche finden bei uns in Mosgau wieder mal Wahlen statt. Der Präsident hat angeordnet, dass Störungen auf jeden Fall verhindert werden müssen. Wir nehmen die Marinevariante. Wir erledigen auf einen Schlag die Hälfte aller Terroristen dieser Welt. Admiral Roback, ich muss protestieren. Geben Sie mir die Chester. Verschwenden wir keine Zeit. Unser Mann ist noch nicht fertig. Schwarzer König an weißen Läufer. Sie haben Feuererlaubnis. Holen Sie Ihren Mann da raus. Sein Job ist beendet. Wir haben Feuererlaubnis. Abschuss vorbereiten. Auf mein Kommando. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Flugkörper gestartet. Exakte Flugzeit vier Minuten acht Sekunden. Weißer Springer, vier Minuten bis zum Einschlag. Verschwinden Sie. Ja, verdammt, ich weiß, was das ist. Wir haben alles auf dem Bildschirm. Da steht ein Jeep vor einem Flugzeug. Na und? Jetzt hauen Sie schon endlich da ab, verdammt nochmal. Was ist denn da los? Sie warten auf keinen Fall. Das ist ein Befehl. Worauf wartet Ihr Mann denn noch? Weißer Springer. Da fährt der Jeep zur Seite. Oh mein Gott. Das sind sowjetische SB5-Nukleärtaupelos. Wenn die Rakete dort einschlägt... Die Rakete muss sofort zerstört werden. Verbinden Sie mich mit der Chester. Sofort. Weißer Springer, bitte melden. Rakete zerstören. Rakete zerstören. Weißer Springer, bitte kommen. Rakete zerstören. Rakete zerstören. Captain Sir, Rakete ist außer Reichweite. Zerstörung unmöglich. Weißer Springer. Ja, ich höre. Alarmieren Sie NATO und Pentagon. Werden die Torpedos detonieren? Möglicherweise. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, da würde so viel Plutonium freigesetzt. Dagegen wäre Tschernobyl ein Picknick gewesen. Verflucht. Wie kann Ihnen nur so was abhanden kommen? Evakuieren Sie Ihre Truppen und holen Sie ihn sofort da raus. Weißer Springer, bitte melden. Weißer Springer, bitte melden. Versuchen Sie es weiter. Weißer Springer, bitte melden. Weißer Springer, bitte melden. Weißer Springer. Doch Weißer Springer, alias 007, hat gerade keine Zeit für den Funk. Er stiftet Chaos, um in das Cockpit des Kampfjets mit der Nuklearwaffe zu gelangen. Brachen ist unmittelbar. Was tut dieser Verrückte da? Seinen Job. Er will die Bomben sichern. Auf dem Terroristenflohmarkt ist die Hölle losgebrochen. Feuergefechte und Explosionen brechen aus. Und keiner weiß genau, warum er kämpft. Schwinge da bitte, James. Schon hat es der britische Agent ins Cockpit des Jets geschafft. Mit dem Bordgeschütz und ein paar Raketen räumt er den Weg zur Startbahn frei. Doch der Pilot des zweiten Jets startet ebenfalls durch. Und zwar genau entgegen von Bonn. 30 Sekunden bis zum Einschlag. Die Flugzeuge rasen aufeinander zu. 007 gelingt es gerade noch rechtzeitig, vor dem anderen Jet hochzuziehen. Dann... Weißer Springer, ein weißer Turm. Ich habe den Bereich evakuiert. Fragen Sie den Admiral, wohin er seine Bomben geliefert haben möchte. Ihr Leben ist eine Geschichte. Ich habe bereits geschrieben. Die Wahrheit ist, dass ich in Ordnung bin. Ich habe den Macht, dass ich in Ordnung bin. Sie nochmal in Ordnung bräst! Ich muss sie mitternommen. Wenn es die Wahrheit verraten, wäre es major. Die Wahrheit ist, wenn es die Wahrheit gibt. Die Wahrheit ist, wenn es die Wahrheit gibt. Wenn es die Wahrheit gibt, immer Angst hat. Dann ist das erste Brame. Und dann ist das so wichtig. das Jahr in Ordnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kaum eine Meile entfernt, gibt der erste Kanonier auf einem geheimnisvollen tiefschwarzen Boot seinen Statusreport zu Protokoll Captain, Geschütze einsatzbereit Alle Maschinen stopp, jede Radarabstrahlung verhindern Ein Stealthschiff mag für das Radar unsichtbar sein, aber die Cedral ist keins Wir starten ihn, wenn die Mix sich das nächste Mal nähern Und die Briten werden glauben, es war ein chinesischer Flugzeugtorpedo Ich werde Bericht erstatten Der kräftige Hühne blickt in eine Kamera Standbahn Hamburg Phase 1 ist angelaufen Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden Die Mix befinden sich wieder im Anflug Fangen wir mit der Show an Cedral in Position Auf 400 Cedral kann abgekoppelt werden Schickt das Ding auf die Reise 2030 Die Mannschaft auf dem Stealthboot schickt eine Maschine auf die Reise, die einem riesigen Rohrkopf ähnelt Zielstrebig sucht sich das Höhlengerät den Weg zur Fregatte Dort bleibt es nicht unbemerkt Steuerbord 3-0, Torpedo im Anmarsch Torpedo im Anmarsch Alle Gegenmaßnahmen Start, Steuerbord 0-7-4, äußerste Kraft voraus Es hat keinen Sonarkontakt gegeben Die Mix müssen das Ding abgefeuert haben Beinungstabil, wir werden getroffen, Sir Es muss jeden Augenblick krachen Achtung, Achtung, Torpedo ins Schlag Ziel 1200 Klopf, klopf Lass uns nach oben gehen Richtungsänderung 90 Grad Und jetzt fragen Sie sich, warum der Torpedo nicht detoniert ist Brücke, ich brauche einen vollständigen Schadensbericht Wir schalten um auf Notstrom Drei Generatoren sind ausgefallen, Sir Wassereinbruch in Deck 4, Acht an Sir, Sir, wir haben jetzt 14 Grad Schlagseite Funka, Funkspruch an die Admiralität Wurden von chinesischem Mix torpediert Sinken Geben Sie unsere Position durch Okay, alle Mann von Bord Los, raus, raus, raus Alle Mann von Bord Los, Asien Eine Rakete auf die Mix Ihr letzter Funkspruch, Sir Gut, das Trick mit dem Chiffre-Computer hat funktioniert Ihre letzte Positionsangabe lautet 70 Meilen von hier Die britische Marine wird sie nie finden Es gibt offenbar Überlebende Mr. Stamper Ich spiele gerade mit den hübschesten Schlagzeilen rum Ihr fehlt nur noch die korrekte Anzahl der Überlebenden Ich muss jetzt zu einer Konferenz Sorgen Sie dafür, dass Sie die richtige Munition verwenden Ja, Sir Wir beginnen sofort mit der Bergung Schicken Sie die Tauchertrupps runter zu Devonshire Die Aktion verläuft nach Plan Die Seeleute werden erschossen Und von der gesunkenen Devonshire wird eine Atomrakete geborgen Stamper meldet sich brav zum Rapport Mr. Gupta Phase 1 ist abgeschlossen Guten Morgen, ihr braven Apportierhunde Welche Katastrophe darf die Kava-Mediengruppe heute auf der Welt verbreiten? Was liegt an? Unwetter in Pakistan Krawalle in Paris Und dann noch ein Flugzeugabsturz in Kalifornien Ausgezeichnet Entschuldigen Sie Erwartet auf Leitung 7 Mr. Stamper Phase 2 ist angelaufen Ich habe auch das Videoband Ich konnte es selbst noch nicht sehen, aber die Qualität soll sensationell sein Es gibt 17 Überlebende für ihre Schlagzeilen Gute Arbeit, Stamper Meine Herren und Damen, halten Sie die Druckerpressen an Das ist das Neueste Dank einer verrückten Laune des Schicksals Haben wir die perfekte Story für den heutigen Start unseres Satelliten-Nachrichtenmagazins Offenbar braut sich eine kleine Krise im südchinesischen Meer zusammen Ich verlange ausführliche Zeitungsberichte, umfangreiche illustrierten Artikel Ich will Bücher, ich will Filme, ich will Fernsehen, ich will Radio Wir werden rund um die Uhr damit auf Sendung gehen Das ist unsere super Chance Und eine Milliarde Menschen überall auf dieser Erde Werden es sehen, hören und darüber lesen Informiert von der Kava-Mediengruppe Denn schlechte Nachrichten sind die besten Nachrichten London James Bond erhält gerade einen Dänisch-Intensivkurs Doch just als sich die Sache weiter vertieft, klingelt das Telefon Entschuldige Wie heißt, ich bin nicht zu Hause auf Dänisch Geh doch einfach nicht ran Mach ich nur ungern Könnte, könnte ja was Wichtiges sein Ja, Ponti Gehen Sie auf einen sicheren Kanal 007 Ich gehe auf den Zahacker-Kanal 4 Das ist lächerlich Das Schiff befand sich in internationalen Gewässern Da können wir nicht sicher sein James Wo sind Sie? Ähm, Moneypenny Ähm Ich bekomme gerade Sprachunterricht Ich frische mein Dänisch etwas auf Nur etwas? Ich fürchte, Sie müssen sich von Ihrer Lehrerin verabschieden James, es gibt hier eine hochdramatische Entwicklung Wir schicken unsere Flotte nach China Aha Ich bin, ähm In einer Stunde da Besser wäre es in einer halben Stunde Oh, meins geht Sie waren schon immer sehr zungenfertig, James Fragen Sie nicht Ich will's auch nicht hören Eine gute Stunde später Im Hauptquartier des MI6 Das ist doch absurd Wir wissen exakt, wo sich das Schiff befunden hat Das GPS-System kann sich aufgrund der Satellitensteuerung niemals irren Ja, aber unsere Station in Singapur empfing ein mysteriöses Signal Auf der GPS-Frequenz zum Zeitpunkt des Angriffs Vielleicht hat das die Positionsbestimmung beeinträchtigt Ich vermisse eine britische Fregatte Das ist mir durchaus klar Aber statt entschlossen zu handeln, wollen Sie erst mal ermitteln Ich würde gerne den Dritten Weltkrieg verhindern, Admiral Und ich glaube nicht, dass die Entsendung einer Armada in das Krisengebiet sehr hilfreich wäre Woher genau kam dieses mysteriöse GPS-Signal? Sie glauben, dass... Die Ermittlungen laufen noch Die Ermittlungen Bei allem Respekt, M Ich glaube, Ihnen fehlt das, was ein Mann hat für diesen Job So unmöglich Aber dafür muss ich nicht dauern mit dem, was mir fehlt, denken Das reicht jetzt Also, wie stehen die Dinge? Es war ein nicht zu rechtfertigender Angriff auf ein Schiff in internationalen Gewässern Wir schicken die Flotte zur Bergung des Schiffes und bereiten einen Vergeltungsschlag vor Das wäre töricht Wir sollten den Fall untersuchen und uns davor hüten Die komplette britische Marine in den Machtbereich der größten Luftwaffe der Welt zu schicken Wann erreichen unsere Schiffe das Ziel? In 48 Stunden Großer Gott Die gesamte Presse schreit schon nach Blut Wir müssen alles tun, damit die Situation nicht eskaliert Ich fürchte, dafür wird es bereits zu spät sein 007 reicht den beiden eine Tageszeitung namens der Morgen Britische Seeleute ermordet? In Vietnam Offizier Verlautete wurden Leichen geborgen Die Opfer sind offensichtlich mit chinesischer Munition erschossen worden Darf das von Ihnen? Nein Das höre ich zum ersten Mal Dann ist der Fall klar Wir entsenden unsere Flotte M, Sie haben noch 48 Stunden für Ihre Ermittlungen Und so findet das Briefing unter Polizeibegleitung in einer Limousine statt Eins ist daran etwas merkwürdig Ich habe vorhin unseren Mann in Saigon angerufen Er sagt, die Vietnamesen haben unsere Marine-Soldaten erst vor drei Stunden gefunden Wie kommt es, dass es dann schon in den Zeitungen steht? Jemand bei Tomorrow wusste es vor der vietnamesischen Regierung Was wissen Sie über Elliot Carver 007? Weltweit operierender Medienmogul Er kann mit einer Sendung Präsidenten stürzen Carver besitzt auch die Zeitung Tomorrow Ich wollte nicht vor dem Minister darüber reden Aber das mysteriöse Signal kam von einem von Carver Satelliten Der Premierminister würde mir den Kopf abreißen Wenn er wüsste, dass Sie gegen Carver ermitteln sollen Sie fliegen nach Hamburg 007 Sie haben für heute Abend eine Einladung zu einer Party in Carvers Medienzentrum Die feiern den Start eines neuen Satelliten Damit ist Carver in der Lage, jeden Menschen auf dieser Welt zu erreichen Bis auf die Chinesen Die haben ihm die Senderechte verweigert James, Ihr Ticket, Ihre Legende Und die Mietwagenreservierung Quittieren Sie das bitte Gern Soviel ich weiß, hatten Sie mal eine Affäre mit Carvers Frau, Paris Das ist eine Ewigkeit her, Anne Das war vor Ihrer Ehe Mir war allerdings nicht klar, dass es allgemein bekannt ist Für König und Vaterland, James Finden Sie raus, ob Carver oder sonst jemand in seiner Organisation das Schiff vom Kurs abgebracht hat und warum Nutzen Sie Ihre Kontakte zu Mrs. Carver, falls es nötig ist Ich glaube kaum, dass sie sich noch an mich erinnert Bringen Sie sich wieder in Erinnerung Und dann quetschen Sie ein paar Informationen aus hier raus Sie müssen dann nur noch entscheiden, wie sehr Sie quetschen müssen, James Vielleicht sollte ich damit bei Ihnen anfangen, meine Penny In Hamburg angekommen, begibt sich Bond zu einer Autovermietung Der Vertreter ist niemand geringerer als Kuh, der Waffenmeister von MI6 Unterschreiben Sie bitte hier, Mr. Bond Das hier ist eine spezielle Zusatzversicherung für Ihren wunderschönen neuen Wagen Möchten Sie gerne eine Vollkaskoversicherung? Ja Feuerversicherung? Besser wäre es Versicherung gegen Sachschäden? Auf jeden Fall Und auch gegen Personenschäden? Das hoffe ich nicht, aber unfällige Schäden nun mal Bei Ihnen überdurchschnittlich oft? Naja Das ist Povats Zufall, glauben Sie mir Muss ich mich sonst noch für irgendwas schützen? Nur vor mir 007, wenn Sie das Fahrzeug nicht in tadellosem Zustand zurückbringen Können wir... Ich auf jeden Fall Ihr neuer BMW 750 Mit all den üblichen Extras Maschinengewehre, Raketenwerfer, das GPS-Navigationssystem Willkommen zu BMWs neuem Navigationssystem Befolgen Sie meine Anweisungen und ich garantiere Ihnen eine angenehme... Ich dachte, Sie würden vielleicht eher auf eine Frauenstimme hören Die kommt mir bekannt vor Ich interessiere mich nicht für Ihre unanständigen Eskapaden Machen wir mit den Instruktionen weiter Ihr neues Telefon Es enthält nützlicherweise einen Fingerabdruckscanner Und ein 20.000 Volt Sicherheitssystem Und hierauf bin ich ganz besonders stolz Das ist die Fernbedienung für Ihren Wagen Sie drücken zweimal hier drauf Eins, zwei Und jetzt langsam den Finger hier über diese Fläche bewegen So fahren Sie den Wagen Er ist überraschend schwer zu steuern Aber ich glaube mit etwas Übung Tja, mal sehen, wie das bei mir funktioniert, Kyo Ich glaube, ich kriege den Dreh raus Sie werden wohl nie erwachsen 007 Am Abend dann besucht Bond die Eröffnungsfeier von Carvers neuem Medienzentrum Entschuldigen Sie, Mr. Carver Ja Das ist ein Bankier, den Sie eingeladen hatten Mr.... Bond James Bond Schon wieder ein Bankier, als ob ich die sammeln würde Sagen Sie mal, Mr. Bond Wie reagiert der Markt auf diese Krise? Währenddessen stößt eine hübsche Asiatin zu der Gruppe Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt Elliot Carver Weiling Ich bin von der Nachrichtenagentur Neues China Ich habe Ihren Namen nicht auf der Gästeliste gesehen Das ist richtig Er steht nicht drauf Ich wollte zu Ihnen Und aus welchem Grund, meine Liebste? Ich wollte Sie unbedingt kennenlernen Ausgezeichnet Ich bewundere Frauen, die die Initiative ergreifen Sie sollten in meinem Pekinger Büro arbeiten Mr. Carver Sie haben kein Büro in Peking Nennen Sie mich Elliot Und dann trifft Bond auf Paris Carver Ich habe mich immer gefragt, was für ein Gefühl das sein würde, wenn ich dich wiedersehe Der Ohrfeige nach Ein schmerzhaftes Jetzt weiß ich es Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was bedeutet das, wenn du sagst, ich bin gleich wieder da? Es ist was dazwischen gekommen Bei dir kommt immer was dazwischen Und wie geht's dir, Paris? Im Augenblick wesentlich besser Jetzt sind wir quitt Du hast es wirklich zu etwas gebracht, Paris Und du trittst heute als Bankier Auf jeden Fall steht es auf der Gästeliste Sag mal, James, schläfst du immer noch mit deiner Waffe unter dem Kopfkissen? Dein Mann könnte in Schwierigkeiten stecken Der Mediengigant? Falls du dich mit ihm anlegen willst, steckst du in Schwierigkeiten? Schon möglich Er könnte diese Krise ausgelöst haben Ah, verstehe Mit deinem Schaum willst du jetzt die Wahrheit aus mir rausquetschen? Nein Das war nicht meine Absicht Gut Denn wenn ich zwischen dir und Elliot wählen müsste, ich habe mein Bett gemacht Und du schläfst nicht mehr darin Da bist du ja Elliot, Schatz Ich habe dich schon überall gesucht Darf ich vorstellen, das ist Weilin, Nachrichtenagentur Neues China Guten Abend, Mrs. Carver Ist mir ein Vergnügen Und das ist James Bond Ich wusste gar nicht, dass du diesen Herrn kennst Ach, wir sind alte Freunde Flüchtige Bekannte Er ist mal mit einer Freundin von mir in Zürich ausgegangen Ich überlege, wie ich Weilin eine Stellungsschmackhaft machen kann Das ist nett von dir Sie wird sich bestimmt nicht allzu lange dagegen zur Wehr setzen Entschuldigen Sie, Elliot Mir ist aufgefallen, dass Sie Ihre Satelliten um den ganzen Globus herum positioniert haben Ja, das sind wichtige Instrumente der Information, Mr. Bond Oder der Desinformation Angenommen, Sie wollten den Kurs einer Regierung beeinflussen Oder den eines Volkes Oder nur den eines Schiffes Das ist sehr interessant, Mr. Bond Sie haben eine lebhafte Fantasie für einen Bankier Vielleicht sollte ich Sie beauftragen, einen Roman zu schreiben Ach nein, damit würde ich ganz gewiss Schiffbruch erleiden Mr. Cover Hm? Ah, es ist Zeit mit den Festlichkeiten zu beginnen Entschuldigen Sie mich, Schatz Also, woher kennst du ihn wirklich? Hab ich doch schon gesagt, er war der Freund deiner Freundin in Zürich Als Lügerin bist du nicht besonders gut, Schatz Mr. Stemper Ich, äh, hab da ein Problem mit einem Bankier Kann ich Sie im Moment sprechen? Meine Damen und Herren Ladies and Gentlemen Mr. Carvers Sendung beginnt in 10 Minuten Im Hauptstudio In der Menge kommt Bond mit der hübschen Chinesin ins Gespräch Auf welche Sparte des Bankgeschäftes haben Sie sich spezialisiert, Mr. Bond? Feindliche Firmen übernahmen Wollen wir? Sie müssen sich in so einem Studio wie zu Hause führen Es ist aufregend, zu der ganzen Welt zu sprechen Offenbar will da auch jemand mit Ihnen sprechen Zwei Männer im Schrankformat kommen auf die beiden zu Mr. Bond, ein dringender Telefonanruf für Sie Meine Damen und Herren, wir sind live auf Sendung in 5, 4, 3, 2 Guten Abend Die heutige Fernsehübertragung sollte eigentlich eine Feier sein Aus Anlass der Fertigstellung des Carver Global Satellite Network Aber wie Ihnen allen klar ist Während Elliot Carver seine Reden schwingt Begleitet Bond die Herren der Sicherheitsabteilung in einen dunklen Raum Dieses Zimmer ist schalldicht Es kann Sie also niemand schreien hören Sie scheinen sich sehr für Mr. Carvers Geschäfte zu interessieren Er möchte gern wissen, weshalb Setz ihn auf den Stuhl, dann knöpfen wir ihn uns richtig vor Doch 007 dreht den Spieß um und lässt die Security alt aussehen Mr. Stamper, Mr. Stamper, Mr. Stamper, hören Sie mich Was soll das? Der Strom ist weg, wir sind nicht mehr auf Sendung Was? Wir senden nicht mehr Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig Wir haben nur eine kleine Stromstörung und wir werden gleich weitermachen Was heißt das? Wir sind nicht auf Sendung? Die Stromstörung ist unterbrochen Sie sind gefeuert, verschwinden Sie Nach Carvers Blamage begibt sich Bond in das Hotel Atlantic Zufrieden mit der Tatsache, dass er den Stein ins Rollen gebracht hat Durch einen etwas peinlichen Stromausfall wurde heute Abend der streitbare Medienmogul Elliot Carver während der ersten Sendung seines weltweiten Satelliten-Nachrichtenmagazins in seiner Eröffnungsrede abgewürgt Tut uns leid, Elliot, aber wir waren es nicht Erfolgreicher Abend, nicht wahr? Komm schon, Elliot, du musst diese Leute ignorieren So etwas passiert manchmal Aber nicht mir Aber nicht mir! Dein Freund, Mr. Bond, hat mich heute Abend lächerlich gemacht Ich will wissen, wieso Ich hab dir gesagt, ich kenn ihn kaum Kaum Harris trifft eine Entscheidung Sie sucht ihren ehemaligen Liebhaber im Atlantik auf Wohlwissend, in was für eine Gefahr sie sich dabei begibt Ich war neugierig, wen Carver schicken würde Er ist sauer auf dich Na ja? Wir wissen ja, wo du stehst Du hast dein Bett gemacht Ich stehe gerade in deinem Zimmer Mhm Dann dreh dich um und geh nach Hause Du kannst ihm ja sagen, du hast nichts aus mir rausgekriegt Das ist alles? Du schickst mich weg? Ich wollte dich nicht in diese Geschichte reinziehen Dafür ist es aber jetzt zu spät Und so flammt die Leidenschaft zwischen den beiden erneut auf In der Zwischenzeit bemüht sich Elliot Carver um die Aufklärung der Zusammenhänge Was haben Sie rausgefunden? Ich hab mich in den Zentralrechner der Bank eingehackt Bond hat eine makellose Personalakte Seit zehn Jahren passt da alles zusammen Da gibt's kein Fehlerchen Und was bedeutet das? Ich tippe auf Geheimagent Glauben Sie, meine Frau weiß etwas? Das war ne ganze Menge unverständlich Aber wenn man die Nebengeräusche rausfiltert Ich glaube, wir sollten für meine Frau einen Termin bei unserem Doktor vereinbaren Während Carver in seiner Zentrale dunkle Pläne schmiedet Macht sich seine Frau Peres bei 007 fertig zum Aufbruch Ich muss gehen Nein, musst du nicht Ich bring dich in vier Stunden aus diesem Land raus Ich habe keine Wahl Keiner kann mich vor ihm schützen Auch du nicht Natürlich hast du eine Wahl Nur wenn du ihn in Ruhe lässt Das ist ausgeschlossen Er hat ein geheimes Labor in der obersten Etage Was ich eigentlich nicht wissen dürfte Auf dem Dach befindet sich eine Notausstiegsluke Paris, du musst das nicht tun Dort kommt man am leichtesten heim Streite nicht mit mir, James Weißt du Dieser Beruf, den du hast Der ist einfach tödlich für Beziehungen Mit dieser Information ist es für 007 ein leichtes An den Chiffriercomputer zu gelangen Doch auf der Fahrt zurück ins Hotel bekommt der Agent einen Anruf des Medienmoguls Ja Guten Morgen, Mr. Bond Elliot Carver Ich fürchte, Sie haben zwei Dinge gestohlen, die mir gehören Wovon sprechen Sie? Der rote Kasten, Mr. Bond Und meine Frau In ihrem Hotelzimmer Vom Dach des Atlantik aus wird der Agent beobachtet Er fährt gerade vor Positiver Fingerabdruckvergleich Den roten Kasten, der den Chiffriercomputer enthält Legt Bond vorsichtshalber im Handschuhfach ab Stellen Sie bitte die gewünschte Stufe des Sicherheitssystems ein Wenn Sie den Chiffriercomputer haben, sagen Sie Bescheid Verstanden? Ja Obwohl Bond mit einer Falle rechnet Tappt er dennoch direkt hinein Der Anblick seiner toten Geliebten auf dem Hotelbett erschüttert ihn Nach Angaben der zuständigen Polizeistellen in Hamburg wurde Mrs. Carver heute Morgen tot aufgefunden Unter ungewöhnlichen Umständen, zu der die Polizei keine näheren Angaben machen wollte Es wurde eine Autopsie angeordnet und der vollständige Bericht des Gerichtsmediziners wird in den nächsten Tagen erwartet Ihr Leichnam wurde neben der Leiche eines unbekannten Mannes gefunden Der sich vermutlich mit einer Schusswaffe selbst getötet hat Die Nachricht von Ihrem Tod erreichte Mr. Carver Ich ziele mit meiner Waffe direkt auf Ihren Kopf, Mr. Bond Stehen Sie auf Langsam, lassen Sie Ihre Waffe fallen und schieben Sie sie in meine Richtung Bis jetzt weigert sich die Polizei bezüglich der Motive des Mordes, beziehungsweise Selbstmordes, Spekulationen Gut Und jetzt legen Sie sich auf das Bett neben Mrs. Carver Sprechen wir Mr. Carver unser tief empfundenes Beinand aus Dieser Beitrag wird in einer Stunde in den Nachrichten gesendet Die Nachrichten von morgen schon heute So ist es Mein Name ist Dr. Kaufmann Ich bin ein mehrfach ausgezeichneter Scharfschütze Machen Sie keine Dummheiten, ja? In der Zwischenzeit versuchen Stampers Männer im Parkhaus den BMW zu öffnen Wir versuchen es auf meine Art Mit dem Hammer Zukunft nur noch Eingabe des Sicherheitskurses Sie hat sich heftig gewehrt, Mr. Bond Ein Jammer, dass Sie sie damit reingezogen haben Es wird nicht wie Selbstmord aussehen, wenn Sie mich von da drüben erschießen Ich bin Professor für forensische Medizin Glauben Sie mir, Mr. Bond, ich könnte Sie von Stuttgart aus erschießen und ich würde trotzdem die richtige Wirkung erzielen Meine Fähigkeiten sind sehr gefragt, Mr. Bond Überall auf der Welt Und meine Spezialität ist übrigens der berühmte goldene Schuss Aber jetzt fürchte ich, Mr. Bond Und das unser Kleiner Ah, Stamper Brüllen Sie mir doch nicht so ins Ohr, ja? Sir, Sie kriegen den Wagen nicht geknackt Das darf doch nicht Ihr Ernst sein Rufen Sie den Automobilclub an Übernehmen Sie das Bringen Sie ihn dazu, uns zu sagen, wie wir in den Wagen kommen Ja, ja, okay, ich frage ihn Das ist mir überaus peinlich Offensichtlich befindet sich in Ihrem Wagen ein roter Kasten, an dem kommen die Herren nicht heran Jetzt soll ich Sie dazu bringen, den Wagen zu öffnen Ich komme mir wie ein Idiot vor Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich darf Sie foltern, wenn Sie nicht damit rausrücken Haben Sie darin auch einen Doktortitel? Nein, 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 das ist wohl eher ein Hobby Aber ich bin sehr begabt Ja, das glaube ich Ihnen Mit meinem Handy kann man den Wagen Nein, 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 Mr. Bond Ich mache das, ja? Drücken Sie Recall, dann die 3 und Send Hm Ich bin nur ein Profi, der seine Arbeit erledigt Ich ebenfalls Nach dem abrupten Ableben von Dr. Kaufmann begibt sich Bond zurück ins Parkhaus zu seiner Limousine Der BMW wird immer noch von Stempers Männern bearbeitet Mit der Fernsteuerung seines Telefons lenkt der Agent den großen Wagen zu sich und springt auf den Rücksitz Willkommen, schließen Sie bitte den Sicherheitsgurt Achtung, Fußgänger auf der Fahrbahn Die Männer versuchen noch den Briten aufzuhalten Aber gegen seinen BMW ist kein Kraut gewachsen Zur Erinnerung, bei unsachgemäßer Fahrweise verfällt der Garantieanspruch Jus Strickiste verhilft Bond zur Flucht Und anstandshalber parkt er den Wagen wieder bei der Vermietung Im Schaufenster Stellen Sie bitte den Motor ab, vielen Dank für die angenehme Fahrt Wenige Stunden später ist Bond 9000 Kilometer weiter in Thailand Jo, Jimbo! Wade, was zum Teufel machen Sie denn hier? Jimbo, Sie wissen doch, die Welt ist mein Büro Sie werden schon erwartet Hat Q Sie bereits über alles informiert? Ja, ich hab das GPS-Kalibrierungsgerät dabei Ach übrigens, Ihnen ist klar, offiziell ist Donkel Sam völlig neutral bei diesem Totalschießen Und inoffiziell? Wir haben kein Interesse an einem dritten Weltkrieg Es sei denn, wir fangen ihn an Dr. Greenwald, er ist der GPS-Experte der Air Force Entschuldigen Sie die Sicherheitsmaßnahmen Aber der GPS-Schiffriercomputer ist eines der bestbewachten Geheimnisse der US-Army Zeigen Sie ihm, was Sie haben Ach du Schande, das ist der vermisste Schiffriercomputer Wo haben Sie denn das Ding her? Den habe ich gestern Morgen in Hamburg gefunden Erklären Sie mir eins Könnte man damit ein Schiff vom Kurs abbringen? Sie, Sie meinen die Devanger? Oh, ich weiß absolut nichts von einer Devanger Sie etwa? Äh, nein Gut, also beantworten Sie nur seine Frage Na schön, äh, theoretisch, wenn man den Timing-Chip verändert, könnte man ein Schiff tatsächlich vom Kurs abbringen Wie ein Magnet, den man eben einen Kompass legt Ja, genau Dann sehen Sie sich das mal an Sofort Der Experte steckt den Computer in ein Überprüfungsgerät Oh ja, also, äh, diese beiden Kreise müssten deckungsgleich sein Jemand hat Ihren Schiffriercomputer verändert Wenn wir die letzte Positionsmeldung der Devonshire hätten Könnten Sie dann genau errechnen, wo sie gesunken ist? Natürlich Wait Ja Sie müssen mir einen kleinen Gefallen tun Kurz darauf ist man 9000 Meter über dem Meeresspiegel Den Absprung aus großer Höhe, bei dem im letzten Moment der Fallschirm geöffnet wird, nennen wir Halo-Jump Dabei gibt es die meisten Todesfälle Sie springen aus 9000 Meter ab 8000 Meter freier Fall Und benutzen Sie die Sauerstoffmaske Klingt fast so wie bei der erste Ehe Sonst erspinken Sie Nach dem freien Fall ziehen Sie die Reißleine 60 Meter unterhalb des chinesischen Radars Sie haben dann etwa 350 Sachen drauf Wenn der Schirm aufgeht, müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht den Kopf an den Sauerstoff lassen einschlagen Ich werde es mir merken Und vergessen Sie nicht, sich sofort vom Fallschirm loszuschneiden, wenn Sie im Wasser sind 90% der Todesfälle beim Halo-Jump passieren, weil sich die Leute im Fallschirm verheddern und dann ertrinken Alles klar? So viel Stress nur, um die Welt zu retten, Jimbo Ich habe leider keine Wahl, Wait Ich muss beweisen, dass das Schiff absichtlich vom Kurs abgebracht wurde Noch eine Minute Wie holt ihr mich raus? Alles geklärt Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den Peilsender ein Dann holt unsere Mannschaft sie nach Einbruch der Dunkelheit raus Viel Spaß Ich, äh, mir ist da gerade etwas aufgefallen Das war die fälschlich angenommene Position des Schiffes Und das hier war die tatsächliche Position Aber sehen Sie die Insel da? Ja Tja, das bedeutet die Stelle, an der er runterkommt zwischen der britischen und der chinesischen Flotte Naja, genau genommen ist es kein chinesisches Hoheitsgewässer Was? Das gehört zu Vietnam Vietnam? Trägt da irgendein US-Kennzeichen? Tja, Fallschirm am Taucheranzug an den Schwimmfluss Wenn die Vietnamesen ihn erwischen, drehen die wahrscheinlich durch Die Luke öffnet sich und Bond springt Und er hat sich nicht mal verabschiedet Tatsächlich liegt das Wrack der Devonshire unter 07 Auf einem Felsvorsprung Bond taucht in den Raketenraum und entdeckt, dass eines der Geschosse fehlt Dafür findet er Y. Lin Aber die beiden Agenten bekommen sogleich einige Schwierigkeiten Denn der Felsvorsprung, auf dem das Schiff liegt, gibt nach Und die Fregatte beginnt sich zu bewegen Türen schlagen zu Türen schlagen zu, als die riesigen Regale mit den Flugkörpern dagegen kippen In beiden bleibt nicht viel Zeit, um durch eines der Lüftungsrohre nach draußen zu tauchen Und die Felsvorsprung Immer noch an feindlichen Übernahmen interessiert Wissen Sie, das Schöne am Bankierberuf sind die Abwechslungszeichen Reisen Ein Helikopter kommt zur vermeintlichen Rettung Aber leider ist er von der Gegenseite Holt sie aus dem Wasser Mit Handschellen aneinander gefesselt, beobachten die beiden die vor ihnen auftauchende Skyline von Saigon Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, Sie laufen mir nach, Mr. Bond Aber Sie müssen zugeben, dass wir uns inzwischen sehr viel näher gekommen sind Hoffentlich dauert das nicht ewig Schon wieder ein neuer Kawa-Wolken-Kerzer, man könnte fast sagen, er hatte einen übertriebenen Hang zur Falle-Symbol Als Mr. Stamper die beiden durch die Flure des Hochhauses führt, kommt ihnen ein uniformierter Chinese mit starrem Blick entgegen General Chang Ein Freund von Ihnen? Mr. Bond Miss Lin Willkommen in Saigon Ist immer eine Freude, Sie zu sehen, Elliot Ich wollte dieses Pressezentrum erst morgen eröffnen, aber da Sie schon mal hier sind, können Sie mir beim Verfassen des ersten Artikels helfen Ihrem Nachruf Ich hoffe nur, Sie waren bei Paris genauso entgegenkommend Um ehrlich zu sein, Mr. Bond, Sie haben die Todesanzeige für meine Frau geschrieben Als sie mit ihr Verrat an mir beging Na egal, was soll's Der britische Secret Service Agent James Bond und seine Komplizin Weilin von der Auslandsabteilung des chinesischen Sicherheitsdienstes wurden leider heute Morgen in Vietnam tot aufgefunden Da fehlt noch das gewisse Etwas, finden Sie nicht? Ach, das ist doch ein alter Hut, Elliot Wir arbeiten schon seit Monaten zusammen Unsere Regierungen wissen, was Sie und General Chang vorhaben Das glaube ich nicht Sie haben den General wahrscheinlich auf dem Flur getroffen Aber da Sie immer so viel durch die Gegend jetten, sind Sie wohl noch nicht dazu gekommen, die heutigen Schlagzeilen zu lesen Ich glaube nie, was in den Zeitungen steht Genau da liegt Ihr Problem, Mr. Bond Natürlich, wir sind beide Männer der Tat, aber die Ehre von Ihnen und Miss Lin geht zu Ende Worte sind die neuen Waffen Satelliten, die neue Artillerie Und Sie sind demnach der neue Alliierte Oberbefehlshaber Ganz genau Caesar hatte seine Legionen, Napoleon seine Armeen Ich habe meine Division Fernsehen, Nachrichten, Printmedien Und bis heute um Mitternacht habe ich mehr Menschen informiert und beeinflusst als jeder andere in der Geschichte des Planeten Mit Ausnahme von Gott natürlich Das Beste, was er je zustande gebracht hat, waren die zehn Gebote Jetzt sind Sie wirklich wahnsinnig Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genie Definiert sich lediglich aus dem Erfolg Verzeihen Sie General Chang wartet bereits Bitte entschuldigen Sie mich Aber Ihr Erscheinen hat mich gezwungen, mein Programm etwas vorzuverlegen Ich lasse sie in den bewährten Händen von Mr. Stemper und seinen Spielzeugen Aber vielleicht möchten Sie sich das noch ansehen? Sir, der Helikopter Danke, Gupta Mr. Stemper ist Schüler des verstorbenen Dr. Kaufmann Der ihm die alte Kunst der Chakra-Folter gelehrt hat Er war für mich wie ein Vater Wirklich Psychologisch sehr interessant Nach der asiatischen Philosophie hat der Körper sieben Chakra-Punkte Energiezentren wie das Herz oder die Genitalien Der Sinn dieser Instrumente ist es, diese Organe zu sondieren Größtmöglichen Schmerz zuzufügen Und das Opfer gleichzeitig so lange wie möglich am Leben zu lassen Dr. Kaufmanns Rekord war 52 Stunden Ich verspreche, ihn zu brechen Und ich dachte, Ihre TV-Shows zu sehen, wäre Folter genug Heben Sie das hier bis zum Schluss auf Nach der Entfernung von Mr. Bonds Herz Sollte er noch genug Zeit haben, um zu sehen, wie es aufhört zu schlagen Entschuldigen Sie mich Ein kurzer Blick zwischen den Agenten genügt Und sie lassen die Hölle losbrechen Stemper wirft sich schützend über seinen Chef Und so können sich Wailin und Bond die anderen Wachen vom Hals halten Die beiden springen aus dem zersplitternden Fenster Auch auf dem Vordach des Wolkenkratzers bleibt die Luft bleihaltig Bis Wailin auf eine Idee kommt Das riesige Banner mit Carvers Konterfeif reißt in der Mitte durch Und trägt das ungleiche Gespann des Fass zum Boden Nächstes Mal nehme ich den Aufzug Los! Wir brauchen ein Auto! Nein, 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 Entschuldigung Ein Motorrad, ein Motorrad, das ist schneller Okay Eins von den Schlüssel stecken Was soll denn das jetzt? Ich frage runter, los! Wo ist denn jeder Anlass? Was soll denn die Zappelei da hin? Nicht doch fassen! Geben Sie her! Kuppeln, kuppeln, kuppeln! Nach rechts! Nein, links! Wer fährt denn jetzt hier? Machen Sie schon! Doch selbst in den engen Gassen schaffen es Carvers Männer, die beiden zu verfolgen Wie viele sind hinter uns her? Kann ich nicht erkennen! Warten Sie mal! Was haben Sie denn jetzt von... Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken! Würde mir im Traum nicht einfallen Eine, nein, zwei Nicht an die Pässe ran! Was? Sehr gut! Wir nehmen den Highway! Um die verfolgenden Geländewagen abzuschütteln, fährt 007 kurzerhand über eine Rampe auf die Dächer der Stadt Aber auch dort lassen die Verfolger nicht lange auf sich warten Und schon werden die beiden unter Dauerfeuer genommen, während sie über Dächer und durch Dachwohnungen rasen Sehen Sie den Helikopter? Ich kann nichts sehen, ich komme nach vorn Als die beiden Agenten das schwere Motorrad wieder in die Gassen lenken, haben sie sich ausgerechnet eine Sackgasse ausgesucht. Und am anderen Ende schwebt der schießwütige Helikopter Geben wir auf? Niemals Es gibt also nur die Flucht nach vorne Die Agenten schnappen sich eine Wäscheleine und rasen auf den Helikopter zu Ein gezielter Wurf in den Heckrotor und der Hubschrauber kracht in die Häuser Dann schlendert das ungleiche Paar durch die Gassen Saigons Bis zu einem als Fahrradladen getarnten Stützpunkt des chinesischen Geheimdienstes Hinter den schwenkbaren Regalen verbergen sich allerlei Computer und Überwachungsgerätschaften Die Agenten schnappen sich die Ausrüstungsgegenstände und wappnen sich für den Kampf Offenbar wird General Chang hier enttut. Denken sie immer noch, sie könnten es allein schaffen? Kommt darauf an, ob ihr Auftrag Frieden oder Vergeltung ist. Es geht darum, einen Krieg zu verhindern Letztes Jahr entdeckten wir einen Fehlbestand von 10 Tonnen Sterls-Beschichtung auf einem Stützpunkt von General Chang Hinweise führten mich zu Carvers Hauptquartier in Hamburg Sterls-Beschichtung? Wir dachten, er baut ein Sterls-Flugzeug Nein, ein Sterls-Boot Nur so konnten sie sich unbemerkte Devonshire nähern und entlochen das Raketenmagazin bohren Wie sie wissen, haben die eine Cruise Missile aus dem Schiff gestohlen Er hat gesagt, er würde seinen Zeitplan auf Mitternacht vorverlegen Ja, das ist richtig Im Schutz der Dunkelheit wird sich das Sterls-Boot der britischen Flotte nähern Und die Rakete auf China abfeuern Und wir werden zurückschlagen Und Carver wird dazu die Bilder liefern Ich muss Peking wahren Nein, wir wahren in beide Regierungen, die sollen miteinander verhandeln Und wir versuchen rauszufinden, wo das Boot ist Von allen Häfen, die von General Chang kontrolliert werden Liegen 22 in dicht besiedelten Gegenden Bleiben 14, wo er ein Sterls-Boot verstecken könnte Tja, tagsüber kann man es sehen Es ist für das Radar unsichtbar, aber nicht für das Auge Also musste er es irgendwo verstecken Von wo er in einer Nacht zu Devonshire und zurückfahren konnte Kommt mir bekannt vor Wir haben Fortschritte gemacht Das sieht man Na schön Vier Stunden hin und vier Stunden zurück Nehmen wir an, das Boot fährt mit einer Geschwindigkeit von 30 Kno Aufgrund dieser Daten gibt es vier Stellen, wo er das Boot stationieren könnte Überprüfen Sie diese Stellen, ob es da irgendwas Verdächtiges gibt Ah, die neue Walter Ich habe Q um so eine gebeten Ich hab es Sehen Sie Vier vermisste Boote Ein paar Fische haben ihr Leben gelassen Das muss es sein Ha Long Bay Er kennt die Insel Er sagt, niemand fährt dorthin Es ist zu gefährlich für Boote, sich dort nach Sonnenaufgang aufzuhalten Aber für 5000 amerikanischen Dollar Bringt er uns hin Gut Ich hoffe, er nimmt auch einen Scheck Meistens ist der Job langweilige Routinearbeit Aber hin und wieder kriegt man einen wunderschönen Abend wie diesen geschenkt Und manchmal trifft man einen dekadenten Agenten einer korrupten westlichen Macht Da heißt es immer, Kommunisten verstehen keinen Spaß Ach, ich will Sie nur ungern enttäuschen Aber ich hab nicht mal das kleine rote Buch Falls mir was passiert Die Zünder für die Minen sind hier drin Wir beenden das hier gemeinsam Und wenn ich das mal so sagen darf Sie haben den richtigen Dekadenten Korrupten Westlichen Agenten Als Partner Die kleine Wucht da drüben ist es Nachdem die beiden in der Abenddämmerung auf ein Schlauchboot umgestiegen sind Suchen sie die Küste ab Können Sie was erkennen? Nein Aber wenn wir recht haben, müssen wir bald das Stelzboot sehen Hier Er Da vorn Das muss es sein Wir fahren zwischen den Schwindkopf an Reihen Stellen Sie die Zünder auf 10 Minuten Das müsste reichen, um zu verschwinden, bevor das Schiff explodiert Und wenn es nicht sinkt, sieht man es zumindest auf dem Radar Unsere Flotten erledigen dann den Rest Falls Sie unsere Nachricht erhalten haben Alles klar, okay Sie gehen da rüber Ist gut Während die Agenten die Bomben auf dem Turnhallen großen Katamaran verteilen Kommt in dessen Kommandozentrale ein teuflischer Plan ins Rollen Wir sind in Position zwischen den Flottenverbänden Feuern Sie hier eine Rakete auf ein Begleitschiff von jeder Flotte Die Chinesen werden denken, die Briten rasseln mit dem Säbe Und die Briten werden denken, die Chinesen wollen Krieg Und die Medien werden klare, objektive Berichte liefern Möge das Chaos beginnen Flugkörper im Anflug Und Spruch an Admiralität Klottenverwand wird vom Flugkörper angehlt Alex meldet zwei Wellen MiG-21 mit Kurs auf uns Wir müssten die erste Gruppe in zwei Minuten auf dem Schirm haben Wie lange brauchen die MiGs, bis sie auf Schuss weiter an die britische Flotte heran sind? Zwölf Minuten Wofür zum Teufel bezahle ich euch? Eine der Außenkameras auf dem Stealthboot zeigt Weyling im Großformat Wenn sie hier ist, ist Bond auch nicht weit, Stamper Ich will die beiden haben Weyling! Vorsicht! Doch bei aller Gegenwehr kann sie ihre Festsetzung durch Stampers Männer nicht verhindern Wenn sie auch nur blinzelt, tötet er sie Und ihr kommt mit mir Kommander Bond erledigt derweil einen der Schergen Und täuscht mit dessen Leiche seinen eigenen Tod vor Stamper an Brücke Bond ist tot Ausgezeichnet Entschärfen sie alle Minen und bringen sie das Mädchen sofort zu mir Müssen wir die wirklich raufholen? Das ist meine Show, Mr. Gupta Und ich hab gern Zuschauer Schleusen für die Raketen überprüfen Schleusen für die Raketen überprüfen Ah, Miss Lynn Ihre Landsleute sind ja so kooperativ Wie immer wollen sie ihr Gesicht nicht verlieren Meine Regierung weiß, dass sie hier sind Sie werden gesucht Ach, da sagt unser Radar allerdings was anderes Da sieht es so aus Als würden Ihre Mixt die britischen Flottenverbände angreifen In, Gupta, wie viele Minuten? Neun Minuten, bis das Feuer eröffnet wird Und selbst wenn sie uns suchen würden Das hier ist ein Stealth-Boot Die können mich nicht sehen Und sie auch nicht Nicht einmal ihren Freund Den verstorbenen Commander Bond Der sich wahrscheinlich in diesem Moment Auf dem Weg zum südchinesischen Meeresgrund befindet Da ist er, mein neuer Anchorman Einfach lächerlich Doch zur gleichen Zeit kommt die Nachricht tatsächlich bei den Regierungen an Was zum Kuckuck hat das zu bedeuten? Eine Nachricht von 007 Bestätigt von meinem Amtskollegen in China Sagen Sie der Flotte, sie soll ein Schiff suchen, das unsichtbar ist Zumindest unsichtbar für das Radar Nicht die Chinesen sind unsere Gegner Kawa hat beide Seiten gegeneinander ausgespielt Admiral, Sir Prioritätsmeldung von der Admiralität Sehen Sie sich das an Haben Sie irgendwas auf dem Radar, das sehr klein ist? Rettungsboot, Schlauchboot oder sowas? Nein, Sir Eins der S-Boot, Sir? Die sind verrückt geworden Was Sie gleich erleben werden, Miss Lin Ist nicht in erster Linie ein Raketenangriff Sondern wohl eher der Start einer neuen Weltordnung Ziemlich genau Fünf Minuten nach dem Angriff ihrer Landsleute auf die britische Flotte Werde ich für das gute alte England zurückschlagen Indem ich diese Rakete nach Peking schicke Wo General Chang soeben eine Krisensitzung des chinesischen Oberkommandos anberaumt hat Unglücklicherweise Wird General Chang durch den dichten Verkehr aufgehalten Und erst eintreffen, wenn die Rakete alle Armeeführer getötet hat Und zu spät, um die Luftwaffe davon abzuhalten, die gesamte britische Flotte zu versinken Aber er kommt gerade noch rechtzeitig, um die Regierung zu übernehmen Einen Waffenstillstand auszuhandeln Und als bedeutender Staatsmann Erhält er bestimmt den Nobelpreis Und was springt für Sie raus? Für mich? Ach, nichts weiter Nur die exklusiven Senderechte in China für die nächsten 50 Jahre Fertig zum großen Feuerwerk Wenn Sie mich entschuldigen, meine Liebe Ich habe einen ziemlich wichtigen Termin Bereithalten zum Abschuss der Rakete Mr. Gupta Während Carvers Selbstbeweihräucherung Hat James Bond ganze Arbeit geleistet Er hat es geschafft, sowohl eine Bombe zu verstecken Als auch den Cyberspezialisten in seine Gewalt zu bringen Hallo, Elliot Interessanter Plan Ich glaube nur, ich habe hier etwas, das Ihnen gehört Und da heißt es immer, die Deutschen arbeiten effektiv, Mr. Stamper Schießt nicht auf ihn, noch nicht Wartet noch Willkommen als Zeuge zu meiner Weltkrise, Mr. Bond Ich mache Ihnen ein faires Angebot, Elliot Gupta für Weilin Sie können die Rakete nicht ohne ihn abfeuern Und Sie können offenbar keiner Frau widerstehen, die mir gehört Worauf warten Sie noch? Erschießen Sie ihn Ich habe Ihnen doch gesagt Wir beenden das gemeinsam Ach, wie romantisch Ist Ihnen nicht klar, wie absurd Ihre Position ist? Auch nicht absurder, als einen Kick für Einschaltquoten anzuzetteln Große Männer haben schon immer die Medien manipuliert, um die Welt zu retten Der einzigartige William Randolph Hearst hat seinen Fotografen gesagt Liefern Sie die Fotos, ich liefere den Krieg Ich bin nur einen Schritt weiter gegangen Bond lässt sich von der Plauderei nicht täuschen und entdeckt einen von Carvers Schützen auf der Empore Tut mir leid, ich war einen Moment abgelenkt Touché Mr. Gupta, ist die Rakete abschussbereit? Einmal auf den Zauberknopf drücken und Peking verschwindet Tja, vielen Dank, das war's dann Sie haben ausgedehnt Verstehen Sie, Mr. Bond, ich habe noch einen Reserveplan Aha, genau wie ich 007 zündet die versteckte Bombe mit seiner Uhr und ein beträchtlicher Teil der Bootshülle bricht auf Er gibt der Flüchtenden Weiling Feuerschutz Und kurz darauf ist das ungleiche fahrender Verein Wenn die Hülle beschädigt wird, kann man es auf dem Radar sehen Sir, wir haben einen merkwürdigen Objektkontakt auf dem Oberflächenradar Einpeilung 1, 1, 2 Grad Ein sehr schwaches Signal, wir können die Entfernung nicht bestimmen, aber ich schwöre, es war vor einer Sekunde noch nicht da, Sir Funger, Befehl an die Flotte, feuern Sie nicht auf die Chinesen, ganz egal was passiert Unverschlüsselte Nachricht an den chinesischen Flottenbefehlshaber, unbekanntes Schiff geortet Löscht so schnell wie möglich das Feuer Ihr geht runter und passt auf die Rakete auf Ach und Mr. Scamper, würden Sie gefälligst diese verdammten Bastarde töten? Gute Arbeit Das Schiff wird schneller Wir müssen das Schiff stoppen Gehen Sie in den Maschinen rum? Aber gern Gut, und danach gehen Sie von Bord Ich verhindere den Abschuss der Rakete 2, 3, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10 Ein Funkspruch vom chinesischen Flottenbefehlshaber An Royal Navy Flottenverband, auch wir haben das unbekannte Schiff auf unseren Schirmen Wir werden nicht feuern Es sei denn, es fährt Richtung China, bis dahin gehört es Ihnen Gute Ja Also Captain, egal was das für ein Ding ist, versenken Sie es Jawohl, Sir, wie sieht's aus? Ist das Echo zu schwach für Raketen Zielerfassung? Ja, Sir Na schön, wir erledigen das auf die altmodische Tour Flugendeck SEO Bond hat uns zum Ziel gemacht Und sich selbst damit auch Fahren Sie ein Ausweichmanöver Und bereiten Sie den sofortigen Raketenstart vor Einleiten der Startsequenz T-5 Minuten, Countdown läuft T-5 Minuten, Countdown läuft Sir, die machen 32 Knoten Bei der Geschwindigkeit sind Sie in 2 Minuten außerhalb unserer Waffenreichweite Weiter feuern, wir müssen Sie bremsen Während Carver's Stealthboot unter Feuer steht, dringt Wailin immer weiter in den Schiffsbauch vor Mit Gewehrsalven zerstört sie die Steuerung Die Maschinen sind ausgefallen, jetzt sind wir eine leichte Beute Und auch Bond greift an Um Carver's heranstürmende Truppen zu bremsen, bedient er sich des Raketenwerferturms Doch nicht nur an Bord des Tragflächenbootes wird gefeuert Auch die britische Marine ist unterdessen nicht untätig Ein Volltreffer entfacht ein weiteres Inferno auf Carver's Schiff Gut gemacht, Pivo Wachoffizier, volle Kraft, voraus Weiter feuern Alle Mann von Bord, alle Mann von Bord, alle Mann von Bord Die Besatzung hat sich mittlerweile auf Carver und Stemper auf der einen Und Bond und Wailin auf der anderen Seite reduziert Und während Wailin Stemper in die Hände fällt, wird Bond von Carver hinterrücks überrascht Sie kommen wieder zu spät, Mr. Bond Eine schlechte Angewohnheit von Ihnen Tja, Sie hatten keine Chance Carver bemerkt bei der neuerlichen Explosion nicht Dass sich Bond an der Steuerung des Seadrills zu schaffen macht Er richtet seine Waffe auf den Agenten Während hinter seinem Rücken das Höllengerät startet T, minus zwei Minuten, Countdown läuft Die Rakete ist programmiert Sie kann nicht mehr aufgehalten werden In wenigen Augenblicken wird mein Plan gelingen Und dank Ihrer Bemühungen wird die britische Marine die Beweise zerstören Ich bin dann längst weg In einem Carver Nachrichten, die kommen darum über den Vorfall zu berichten Das wird eine fantastische Show Ich hab noch ein paar Neuigkeiten für Sie erlebt Sie haben Regel Nummer eins für die Massenmedien vergessen Man muss den Leuten das geben, was sie wollen Und nach Carvers aufreibendem Ende macht sich Bond augenblicklich daran, die Rakete zu zerlegen T, minus eine Minute, Countdown läuft Da erscheint aber Stemper hinter ihm Fallen lassen, Mr. Bond Oder ich lass Ihre Freundin fallen Es ist vorbei, Stemper Lassen Sie sie laufen Zwischen uns ist noch alles offen T, minus 50 Sekunden James, versuchen Sie es mit dem Zünder Die Rakete wird Sie aufheifen Man soll einer Frau nie widersprechen Sie hat meistens Recht Oh ja Als wäre die Situation nicht schon aussichtslos genug Lässt Stemper die gefesselte Vailin an einer dicken Kette hinunter ins Wasser Dann springt er hinüber zu dem hastig agierenden Agenten Und vermöbelt ihn nach allen Regeln der Kutsche Minus 40 Sekunden Ich schulde Ihnen einen besonderer Schirmtruck, Mr. Bond Ich schulde Ihnen einen besonderer Schirmtruck, Mr. Bond Stemper beeindruckt es wenig, dass ihn Bond mit einem kleinen Messer aus seinem Stiefel traktiert Da sieht Bond die Verriegelung der Rakete, hinter der der Hühne steht Schnell löst er den Hebel und der Fuß des Bösewichts wird eingeklemmt 007 will sich von dem derart gebundenen Deutschen losreißen Aber der hat andere Pläne für den britischen Agenten Team, Minus 20 Sekunden Wir sterben gemeinsam, Mr. Bond Schließlich pflückt sich Bond das Messer, das immer noch in Stempers Schulter steckt Und schneidet sich von dem anhänglichen Riesen los Im Wasser indessen taucht er gleich nach der immer noch an der Kette hängenden Vailin Um sie sofort mit Sauerstoff zu versorgen Am Bein an der Rakete eingeklemmt bleibt Stemper damit eine Fußnote in der Geschichte Am Bein an der Rakete eingeklemmt bleibt Die Bedford meldet, dass Carver mit seinem Schiff versenkt wurde. Bond hat es also doch geschafft. Moneypenny folgende Presseerklärung. Elliot Carver vermisst, vermutlich ertrunken. Er befand sich an Bord seiner Luxusjacht auf einer Kreuzfahrt im südchinesischen Meer. Im Augenblick gehen die zuständigen Behörden davon aus, dass er Selbstmord begangen hat. Commander Bond, Colonel Lynn, hier spricht die HMS Bedford. Sind Sie da irgendwo? Melden Sie sich! Die suchen uns, James. Commander Bond! Wir sollten in Deckung bleiben. Hier spricht die HMS Bedford! Hat unfallt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020